Was machen wir ab jetzt? Da Cloud bei mir ist, darf ich nicht unvorsichtig sein. Angel, was soll ich tun? Yo, Chisney, lang nichts mehr voneinander gehört. Zack, bist du das geflorene Versuchsobjekt? Ja, das ist richtig. Was haben sie dir dort im Labor angetan? Nun, viele Dinge. Hey, Chisney, bist du gekommen, um uns zurückzubringen? Ich bitte dich, lass uns entkommen. Ich dachte, es wäre möglich, die Armin abzuhängen, aber mit den Turks im Rücken wird es zu viel. Zack, tut mir leid. Es ist meine Pflicht. Wenn du versuchst zu entkommen, muss ich... Bleib stehen. Wenn du uns folgst, muss ich dich das nächste Mal wirklich... Die Armin und die Turks sind in der Nähe. Jetzt weiterzuziehen wäre zu gefährlich. Fürs Erste übernachten wir hier. Und sobald die Sonne aufgeht, gehen wir los. Wir lassen uns Zeit. Tschüss, Ney. Ach, er ist... Wenn ich mich nicht irre, ist er die Person, die mit dir geflohen ist. Warum musstest du hierher kommen? Habe ich dir nicht gesagt, folg mir nicht? Er sieht nicht gut aus. Was ist passiert? Marco-Vergiftung. Es ist ziemlich übel. Es ist wegen den Experimenten, oder? Ja. Hey! Zeng! Die Zielobjekte sind entkommen. Huh? Das ist alles, was ich tun kann. Also halte zusammen und entkommt. Schieß, Ney. Danke. Ich habe ein Geschenk für dich. Ich glaube an dich. Also bitte, nimm es an. Ich bin ein Geschenk für dich.